Hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen Info-Video. Ich will euch nur auf dem Laufenden halten. Die Titanfall-Beta startet nächste Woche. Bis Dienstag, 9 Uhr, könnt ihr euren Beta-Key erhalten. Dazu müsst ihr euch bis diesen Freitag registriert haben. Auf folgender Seite, die ich unten verlinken werde, in der Videobeschreibung da unbedingt reinschauen. Ihr seht es hier schon im Videomaterial, das ist ganz simpel. Einfach eure E-Mail-Adresse angeben, Geburtsdatum. Ihr müsst noch den Haken reinsetzen, dass ihr einverstanden seid mit den Nutzungsbedingungen. Schickt das Ganze ab und dann habt ihr eine Chance, ein Beta-Key zu bekommen und an der Beta eben teilzunehmen, die dann nächste Woche startet. Ich bin schon total aufgeregt. Ich freue mich tierisch auf Titanfall, halte mich da über alle anderen YouTube-Kanäle auf den Laufenden, die es da so gibt zu diesem Thema. Zu empfehlen ist da zum Beispiel der Kanal Titanfall Legend. Das ist ein Kanadier, der super Videos über Titanfall macht. Dazu müsste er bei dem Englischen mächtig sein. Wer da keinen Bock drauf hat, wartet einfach darauf, dass ich Videos dazu mache, denn da werden einige kommen. Also die Beta dürfen tatsächlich als YouTuber Gameplay dazu machen. Selber aufzeichnen und verwerten ist sogar ausdrücklich erwünscht von Respawn Entertainment und EA. Finde ich super klasse. Werde ich auch tun, sobald ich ein Beta-Key habe. Sollte ich wieder erwarten mehr als einen Beta-Key bekommen, dann haue ich den an meine Abonnenten raus. Da würde es dann entsprechend ein extra Video geben. Und wie gesagt, wenn ich an der Beta teilnehme, werdet ihr Masse Gameplay dazu finden. Das wird dann auch erstmal COD am Donnerstag ersetzen und ihr werdet da erstmal Titanfall finden. Und wie ihr an meiner Stimme hört, ich bin noch krank, bin total heiser und deswegen kann ich nicht so lange reden. Deswegen gerne einen Daumen nach oben da lassen und jetzt unten für die Beta registrieren. Wer es auf der Xbox One im Übrigen spielt, der kann gerne mit mir zusammen die Beta spielen. Dann schreibt mir einfach mal eine private Nachricht und ich schicke euch mal ein Gamertag. Dann könnt ihr mich adden, wer da Bock drauf hat. Und registrieren können sich PC- und Xbox One-Spieler. Für die 360 gibt es leider keinen Beta-Key. Und wer jetzt fragt, nein, das Spiel kommt nicht für die Playstation 4 oder die Playstation 3 raus, sondern nur für PC, Xbox One, Xbox 360. Am 13. März kommt es in Europa raus für PC und Xbox One. Ende März kommt es dann erst für Xbox 360. Das wurde erst jüngst verschoben. Ich freue mich, wie gesagt, tierisch. Ich bin extrem gehypt auf das Spiel und bin super gespannt, was es alles kann. Wer es sich überhaupt gar keine Ahnung hat zu dem Spiel, ich werde das dann nächste Woche, wenn die Beta läuft, noch ein bisschen näher erläutern. Dann seht ihr auch ein bisschen Gameplay. Damit will ich jetzt gar nicht anfangen. Das war jetzt nur kurz die Impfung zur Beta und jetzt meldet euch an. Wir sehen uns nächste Woche spätestens und dann hoffentlich wieder mit einer vernünftigen Stimme. Haut rein!